ja was was bist du ich hab extra gewartet ich bin ein mädel wo bist du denn ich bin vorne am anfang aber wenn das mädel warum bin ich das jetzt wenn ich jetzt allein ich will mich jetzt zu dir und machen bist du jetzt bei mir ja jetzt wird die jugend gewechselt eine karakterie lupen verwenden so groß ich bin schon wieder zu fett spiel macht ein ganz schön ja 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 hätte ich nicht besser sagen können ist ja gut mega feature was die hat das sind die vorne umstehen ach man kann quasi auf zwei seiten spielen ich kann ja professor an der seite auf das ist ja nichts also klinische konsole und nichts naja gut wo ist denn das mädel jetzt das hat die hin du bist halt laut die korrekt trotzdem komisch dass du jetzt weh gewählen kannst aber eigentlich gar nicht gehen kannst du ja doch du kannst ja immer umschalten quasi aber kannte ich jetzt so auch noch nicht muss ich sagen ja doch 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 das ja gab es bei nego batman 3 war das auch so gut ok dann habe ich den glaube ich noch nicht gespielt erst mal ins wasser springen wasch dir meine hände ich habe doch gar nicht in scheiße gefühlt ich bin nur ein mädel ich kreisch nur ins wasser kann die da ist eine kletter ding kann die klettern oder junge ich bin schon weg aber ich kann nicht klettern die junge weiß ich nicht ich glaube er hat dann wirklich nur die fähigkeit in kleine öffnung hört sich komisch an aber und ich kann nur schreien ok das bei dir und du kannst werfen da oben ich kann werfen und die vierecke gedrückt halten ja 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 sammeln 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 hier geht es irgendwie nicht weiter doch aber die anderen typen wieder steht denn der schon wieder rum noch so dass er nicht mitkommen blöde sau jetzt schlüp-schlüp-schlüp-schlüp-korbe da kommt der kleine rotzheiz mit dir aber ja der muss das werden ja 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 jetzt Deshalb läuft man auch nicht an der Seite, sondern einfach in die gleiche Richtung. Genau. Ja, und es wird nicht, was geht. Aber könnte man sich auch verstecken. Ja, wir laufen weiter. Ja, hab's ja einen Ding gefunden. Ich bin einfach auf dem Dino draufstehen, wenn er zweifeln muss. Immer wenigstens, wo wir hinrennen. Gleich viel Sinn, Paul. Oh. 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 Seht nur, wie er frisst. Seht nur, wie er frisst. Wie süß. Oh. Ich will hier weg. Okay. Folgt mir. Irgendwas ist schiefgelaufen. Ich gehe den Strom wieder anstellen. Das ist kein Spaziergang. Ich lese den Plan und gebe ihnen Anweisungen per Funk. Kommen Sie, gehen wir. Kommen Sie hier, dann. Mr. Arnold. John, ich bin drin. Nach ungefähr 8 bis 10 Metern kommen Sie zu einer T-Kreuzung. Sie soll dem Hauptkabel folgen. Ich weiß, wie man einen Plan liest. Oh. Schönen, scheiße, irgendwie und wieder. Ist das okay, wenn nicht die Gasleitung, die alle kaputt macht? Man kann die Speicherstation kaputt machen. Eine Sackgasse. Komm mal. Ich will was. Wiss ich nicht. Nein, du bist da mit Roten. Ah. Warten Sie einen Augenblick. Warten Sie. Licht. Radar. Tolla. Ich schieb dich einfach weg. Das ist mir eine Taschenlampe weg. Warum das? Ach so, weil er eine Schüssel hat. Ah, okay. Er hat ja auch keine Zweihände. Komm mit kurz. Komm mit. Guck mal, kannst du das hier aufmachen, wenn ich hier reinleuchte? Okay, kann ja sein. Ja, genau. Was soll ich sagen? Er hat bis schwarze Haare oder so. Hm. Gucken Sie mal nach oben. Da muss da ein großes Kabel und ein Röhrenbündel sein. Folgen Sie denen. Okay, ich folge den Röhren. Hm. Da geht's runter. Da oben kannst du schießen, oben links. Siehst du das? Ähm. Ja. Warte doch. Hahaha. So, jetzt kann man scheinbar die Dinosaurier sein. Okay. Letzer. Ich dachte, man kann die kaputt schießen Also nicht? Ne Ach so, Rode Ich häng mich ran, dann geht das erste hier aus Okay, jetzt erst mal Opa Also, direkt vor Ihnen ist eine Metalltreppe Die gehen Sie runter Sie sieht wirklich nicht so viel Hier oben Ja, genau Oh, hier kann ich wieder in Kacke putzen Ja, mein Fall Was, hier drinnen auch? Ja, hier sind so kleine Kackehaken Okay, freies Spiel Wo steht denn da Hochspannung drauf? Ich hab keine Ahnung Boah, die ist ja voll Ninja-mäßig Sie können den Hauptschalter nicht per Hand umlegen Sie müssen den Hebel mehrmals auf- und abbewegen, damit es funktioniert Okay Okay, dann versuch ich's jetzt Okay, das müsste ausreichen Ist Hördelicht? Aber im Film hat die, glaub ich, nur einen Armgang Warum nicht? Weil wir bereits gejagt werden Bessert gar nicht mehr Man kann nicht oft genug speichern Hast du gespeichert? Ja Ich denk's da Woher liegt da ein komisches Ding? Warte, da oben ist 1, 2, 4 Ah, okay Ah, bist du ja nicht akubatisch genug, hä? Nee Okay Ah 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 Oh Uuuuuhh! Da hinten noch eins. ich das jetzt aufdrücken weiß ich nicht glaub du musst es erst und dann ich sicher ist sicher wo sieht ihr noch teilen kommt weg oben ich kann mit der scheiße laufen ja die ist ja für nichts zu fallen nein jetzt kommen wir gleich wieder raus das ist nicht alles geschrien schöner helfer kriegerli bist du na nicht also die stelle die fliegen jetzt gleich weg ja 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 Wenn ich mitdrücke, geht es schneller. Wir müssen gucken, wo er reinspringt und dann da das Feld drauf werfen. Was ist da? Nicht? Okay. Ich bin jetzt in der Mitte dabei. Geht nach links, geht in die Mitte, geht nach rechts, geht in die Mitte, nach rechts. Ich würde rechts sagen. Ja. Ja. Mitte, rechts, Mitte, links. Links. Ich habe ihn im Vizier. Mitte, rechts, Meter, links. Ja, ja. Die Banone. Hier haben wir ihn gejagt. Ufff. Au. Nein. Das war's. Schade. Ja. So, jetzt sind wir hier wieder bei den Bengeln. Ne, siehst du, ich bin wieder bei der Tussi. Ich nehm... Ach, das ist die Stelle, wo ich vorhin nicht weitergekommen bin. Da kommen die Koblen. Jetzt wird da wieder die Taschenlampe. Oh. Äh, da kann man reingehen. Ja. Äh. Gut zu wissen. Äh. Super zentrum. Hauen. Hallo? Okay. Ich muss erst die anderen suchen. Ich bin sofort wieder zurück. Versprochen. Mhm. 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 Schick. Mhm. Da hinten kannst du es ranwerfen. Das ist keine Bananenstaune, das ist eine Würstchenstaune. Ja, kennt man ja. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ja, äh, 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 äh. ja jepa wo ist der Huhn drin? Das war's für heute. dann kann man gar nicht vorbei gar nichts zu stimmen doch gut dass das kein lärm macht ich habe extra nichts berührt weil ich dachte komm jetzt können sie auf einmal auch bauen das ist ein roboter wir sind kakao Na, Fisch. Ah, jetzt. Ah, jetzt macht er den Weg frei. Kann ich doch mal anspringen? Können wir ihn wieder rausholen? Ah, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Kuckuck. Ja, ich hab ihn in den Arsch zu kriechen. Puh. Los! Los! Hm? Die Pfanne von Kuckuck. Wo kommen die denn jetzt her? Wir müssen erst das System neu starten. Aktivieren die Türschmesser! War die nicht vorne? Ja, die stand vor der Gebäude. Aktivieren die Türschmesser! Ja, das ist ja alles so. Die Wichtigung! Ja, das ist ja alles so. Ja, das ist ja alles so. Erstmal das ganze Labor auseinandernehmen. Kinder, ne? Ja, die schaffen das schon. Sind doch schon groß. Eben. Eben. Boah, was sind das jetzt hier? Nur Hacker! Wie das Mädel können Commodore Termin jetzt? Ich wusste es, Charlie. Was denn? Du bist der Hacker. Mhm. Wird besser Platz, das stimmt. Ja, dann lass mal hin. Ich kann jetzt nicht überhaupt sprechen, wenn du das machst. Ich kann jetzt nicht überhaupt sprechen, wenn du das machst. Nee. Nee. Einfach getecken. Ja, ja. So mach ich das immer. Wenn ich mal ein bisschen leiser stöhne, ich kann mich nicht so konzentrieren. Das ist wie vor allem auf der Tür, oder? Schlimm. Ja, also. Oh, das ist schleidenweise aber ganz schön weit rausgerutscht. Hätte ich nicht gezählt. Oh, hier war der Feuer. Oh, der Arme! Guck mal! Wir lassen ihn wieder raus. Was ist die Tattoo? Oh. Ne, immer noch nichts. Da ist ganz kaputt schreien. Da ist ganz kaputt schreien. Schreien, nicht schmeißen. Geh. Ja, das ist egal. Ja, das ist alles still. Der Bernstein. Der Marker. Oh, hier ist es so schön. Die Sicherung ist getauscht worden. Das sieht nicht gut aus. So, hier kann man... Ah, da war wieder den. Den Schwarzhaugen mit dem 3-Dauer-Bot, die brauchen wir noch. Da ist ja noch einer. Das ist falsch. Er ist rot. Rot, grün, gelb. Ach so. Wir brauchen das Gewehr! Ich schaffe es nur, wenn ich weghebe! Ich glaube, ich habe es. Es müsste die richtige Datei sein. Nein. Fehlanzeige. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lilo! 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 Das wusste ich. Ich wüsste das, wie dein Pillar machst. Was funktioniert? Die Telefone, Sicherheitssysteme. Eigentlich alles, was sie wollen. Der arbeitet ganz normal weiter. Oh mein Gott! So, warte, bevor du das Telefon gehst, kannst du mal schicken und dann gelönt. Mr. Hammond, die Telefone funktionieren. Geht es den Kindern gut? Großvater! Rufen sie das Festland an. Die sollen sofort die Hubschrauber herschicken. Er kommt durch die Scheibe! Ah, hier unten ist so wieder was für dich. Ah, schade. Hier unten hast du zwei was für dich. Wo kommst du nicht runter? Naja, die Trulla kann ich bauen. Ja, die andere Trulla kann auch nicht bauen. Keine Frau kann hier bauen. Bisschen diskriminierend. Gut, dass ich es befreit habe. Ah, glüpp glüpp. Ah, glüpp glüpp. Natürlich kann das... Ich schau lieber im Sturm. Mir stand doch noch auf der Plattform mal zurück. Ja, aber mir auch. Nee. Ich schau lieber im Sturm. Komischer Typ. Komischer Typ. Hey, Mama. Ja, gieße, gieße. Senderweller. ELE TOI! Die Geheimnis. älei. ELE TOI! na komm mal kaputt da wird noch taug neben dir ich kann auf ihn reiten so jetzt kommen wir die kommt doch wieder durch was ist für die kacke ach so mit anlauf ja 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 äh äh ja 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 Wir haben ein Rapport. Wir sind ein Tyrex. alles dabei zack und ich werde ewig hin und her geswitcht hier das ist ja jetzt aber jetzt sind sie meistens drei mal nice big alles das ist ein Tuschel Jaaa! Mr. Hammond, nach reiblicher Überlegung habe ich mich dazu durchgerungen, Ihren Park nicht zu befürworten. Ich gebe Ihnen recht. Ich habe einen Skell. Er ist aber auch ein Geist! Der ist nicht so klein! Er ist nicht so klein! Das war ein Schwerpunkt! Ich habe einen Klug! Ich habe einen Klug! war aber gar nicht so lange das ist nur der fahrplatz gewesen das ist noch nicht fertig kommt noch mehr es ist ja immer alles ein bisschen an den film angelegt das wäre jetzt quasi der erste allgemein spüte guck mal ein bisschen kleiner m m und 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 Vielen Dank.